Herr Hilse, hallo. Hallo. Die Ampel ist im Krisenmodus und es wird getagt ohne Ende oder jetzt mit einem Zwischenstopp. Was wird es da an Ergebnissen geben? Wird es Ergebnisse geben, die noch konstruktiv sein können für diese Bundesregierung? Nun ja, also ich gehe davon aus, dass es einen faulen Kompromiss geben wird. Es geht ja vorrangig um das vermeintliche Verbot von Gas- und Ölheizungen, zumindest neue Gas- und Ölheizungen. Und man tagt ja bereits seit Sonntagabend, hat dann Montagfrüh ohne Ergebnis abgebrochen, tagt jetzt wieder, hat es wieder unterbrochen. Offensichtlich gehen die Meinungen da so weit auseinander zwischen dem grünen Wirtschaftsministerium, die ja letztendlich die ganze Politik hier bestimmen. Die Grünen bestimmen die Politik leider in dieser Bundesregierung. Und da gibt es offensichtlich so einen kleinen Ansatz von Widerstand bei der FDP. Und da kann man sich jetzt nicht einigen. Es gab schon mal einen faulen Kompromiss. Erinnern wir uns an die Kernenergie. Da hatte die FDP eigentlich gefordert, bis Ende 2024 die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Dann gab es das sogenannte Machtwort des Kanzlers. Und dann hat sich die FDP auf diesen faulen Kompromiss eingelassen, dann eben bloß bis 15. April die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, 2023. Und das hat so viele Wellen geschlagen, dass die FDP sich jetzt offensichtlich hütet, nochmal einen solchen kleinen faulen Kompromiss einzugeben. Ist der Widerstand der FDP auch darauf zurückzuführen, dass Herr Lindner vielleicht die Umfrageergebnisse studiert hat, wonach es bergab geht, je mehr er sich in dieser Koalition als Juniorpartner ergibt? Ja, offensichtlich schon. Und das ist ja so, dass bei den letzten drei Landtagswahlen die FDP sehr schlecht abgeschnitten hat, gar nicht in die Parlamente gekommen ist. Und da kommt jetzt langsam ein Umdenken. Und vielleicht kommt man zu dem Schluss wieder zurück, dass man sagt, okay, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Dabei hätte die FDP von Hause aus bleiben sollen. Und die stürzt ab. Ich gehe sogar davon aus, wenn die FDP in dieser Koalition bleiben wird, droht ihr das Aus wiederum, also den Rauswurf, beziehungsweise nicht reinwählen in den nächsten Bundestag 2025. Und da muss die FDP jetzt einfach irgendwie gegensteuern, wenn sie politisch überleben will. Und das ist eigentlich der Grund, warum man das macht. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht das Beste und was das schlechteste Szenario, was bei diesem Krisengipfel der Koalition rauskommen könnte? Gut, man muss sehen, was man möchte, beziehungsweise was ist das Ziel. Also für die Bürger wäre es natürlich am allerschlechtesten, wenn die Pläne eins zu eins umgesetzt würden von Herrn Habeck. Dann könnten ab 2024 keine neuen Öl- und Gashezungen mehr eingebaut werden, außer sie haben 65 Prozent Unterstützung durch sogenannte Erneuerbare. Es wäre natürlich für die Bürger draußen heilsam, wenn dieser Beschluss durchgehen würde. Die würden also wirklich, die Grünen demaskieren sich. Die versuchen jetzt wirklich knallhart, solange sie an der Macht sind, alles durchzusetzen, was sie sich irgendwann mal vorgenommen haben. Wie gesagt, für die Bürger wäre es besser, wenn dieses Gesetz nicht durchgehen würde, so wie es ist. Für die Einsicht der Bürger, dass die Grünen wirklich nicht wählbar sind, wäre es eigentlich gut, wenn es so durchgehen würde. Aber das wünschen wir uns alle nicht. Ich möchte nicht, dass es den Leuten schlecht geht. Vielleicht kommen sie auch so zur Einsicht. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Vielen Dank, Helse. Ich danke.